Hallo und herzlich willkommen miteinander, hier ist die Gruppe Blöckling! Ja, dankeschön für die werte Begrüßung. Und trotz auf, dass Sie schon auf und da sind, wenn ich diese Hand hier nach oben strecke, dann macht Sie alle zusammen mal ein Klammern! Achtung! Die Lokomotiven und die Lili ist die Lokomotiv! Immer, wenn wir am Anfang auf der Bühne umsitzen, da schauen wir so unser Publikum an und da fragen wir uns nachher, seid´s Ihr heute Nachmittag eher so ein gutes Publikum? Oder seid´s ihr vielleicht ganz schlimme Pengöle? Ich bin so ein Engel, ein Engel, ich bin so ein Engelしました Ich bin so ein Engel, ein Engelしました Da, muss der Blutschink her, der hilft sonst gar nix mehr Weil gegen den, da hast du keine Chance, wenn du 빠�chtest Jawoll, da muss der Flutsche nackt, da hilft du schon nix mehr, weil selke ist, weiß doch, wann kommt ihr denn? Und Applaus, Isabella! Alle sehen wir! I hast EI und EI hast EI, EG hast Conner, Conner hast du gut! I hast EI und EI hast EI, EG hast Conner, EG hast Conner! Da kennt sich Conner aus, mau-mau-mau-mau-ment! Jetzt bitte wieder unbedingt aufpassen, denn jetzt haben wir ein Lied, wo wir ein Rätsel eingebaut werden können. Da kann man etwas gewinnen. Das Lied heißt, der Breitmaulfrosch. Wer kennt den? Super, ja, dann probieren wir es gleich. Alle müssen uns laut quak, quak schreien. Eins, zwei, drei. Ritter Rüdiger. Ritter Rüdiger. Ritter Rüdiger. Schubidubidabi. Trabal! Achtung. Oh, einschach. Schade. Können wir einmal quak, quak von euch hören? Eins, zwei, drei. Noch mal. Eins, zwei, drei. Super, ja, super, ja, super, ja, super, ja, super, ja, super, ja. Oh, oh. 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 Vielen Dank.